Aufhören, weiter geht's! Kommt, hopp, hopp, aufhören, auf geht's! Auf geht's, kommt auf dem Ziel! Eisleimläufer mit einer Zeit! 34, 42! Ja, wir haben ihn geschockt, oder? Sie starten, 23, ich starte die Kürze! Auf geht's! Kommt, Sie erst mal auf die Kurve! Nimm das Tor, unten für die Schanze! Sehr gut, laut, laut, laut! Offenziel! Oswald Kanz! Sehr schnell unterwegs! Und Sturz! Und Federsturz! Er nimmt die Stange schon rein! Komm, raus, auf geht's! Seit mal hintern! Wer ist der Nächste? Schamatti, los! Kommt! Hopp, hopp, hopp! Komm ans, auf geht's! Hopp, hopp! Und Federsturz! Komm ans! Und kommt ins Ziel! Hopp, hopp! Schiebe langlaufen! Hopp, 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 hopp! Und ins Ziel! Und... Ab! Und ist unterwegs! Anziehend! Anziehend! Sehr gut um die Kurve! Kommt sehr schnell! Über die Schanze! Er hat nämlich die Börligen Ski ausgepackt! Im Feuerwehr-Ski! Komm! Hopp, hopp, hopp! Hopp, hopp! Und der ist unterwegs, meine Damen und Herren! Stieg eines! Sehr schnell! Bravo! Und sie ziehst! Mit einer tollen... Und sie ist unterwegs! Sehr schnell um die Kurve! Komm zum blauen Tor! Über die Schanze! Feld ein! Und kurz! Und auf geht's! Hopp, hopp, hopp! Raubt mit dem Feistauern und weiter geht's! Komm jetzt! Und sie ist tief! Hopp, hopp, hopp! Und sie ist tief! Und sie ist tief! Und sie ist tief! Und er ist unterwegs, meine Damen und Herren! Kommt jetzt sehr stark um die Kurve! Mit einem Spezialhut! Der Zauberer! Und hopp, 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 hopp! Und stolz! Und kommt sehr schnell ins Ziel! Obe! Und 30! Bitte den Zielbereich freimachen! So! Und der fährt los! Sehr schnell! Und... 27! Am Start! Und er kommt runter! Fährt da vorbei! Sehr schnell! Und... Sturm! Einen schönen Schau! Hey! Und kommt! Schau gut auf den Punkt und bitte auch von vorne. Und sie ist die Reiterer Günther vom Weingut Reiterer ausgeheizert. Kommt sehr schnell. Hopp und Sturz. Wir haben schon fast aufgehoben. Mit dem Fassdarm von der Feuerwehr natürlich sehr schnell unterwegs. Kommt, Günther. Hopp, hopp, hopp. Auf geht's. Auf geht's. Und weiter geht's. Alexander bei Heidamen und Körben. Er geht diesen Berg bezwingen heute. Er hat sich sehr viel vorgenommen. Er und Conorich Markus. Ein internes Tunnel. Ein internes Tunnel. Und er fährt los. Und er kommt sehr, sehr, sehr schnell. Und die Kurve. Aber das sind die richtigen Schäfe in Zirne. Aber ihr bleibt schnell. Kommt, Zirne. Hopp, hopp. Das muss er. Hopp. Hopp, Zirne. Auf geht's, Zirne. Und rein ins Ziel mit ihr. Hopp, 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 hopp. Hopp, 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 hopp. Und bis zum Kinn. Zwei, eins. Ab und er ist unterwegs. Rich Manfred aus Heinscho. Sehr schnell. Kommt und die Kurve. Über die Ausbaukante und stürzt. Anna, es geht schon wieder weiter. Und jetzt auf und auf und auf und auf und ist die Ziel! 120! Koloritsch Rackos! Ab an! Und der ist unterwegs, Koloritsch Rackos und Sturz! Also, Koloritsch Rump Deco! Koloritsch Rackos! Ja, es geht, aber! Der Torx! Wir haben ja nicht von diesem Ries, da haben wir genau geholfen, das war genau um der Barm! So, der Fjordbatter und Sturz! Danke! Danke! Eiei! Und jetzt wieder! Die Taufe aufmontiert und fährt weiter! Einmal einen Meter aufgeschaut! Miesto, Teppat! Also, wir müssen dann eine kurze Überbrechung machen! Ich werde hier die komplette Triste! Sonderwerksum, Füdie Akrobatik, siehst du es heute nicht? Komm, Marco! Hopp, hopp! Siehst du mehr so raus auf! 1 Minute 30 oder schon! 1 Minute 30 oder schon! 1 Minute 30, hat er schon! Das war's für heute.